Im Büro? Niemals im Leben. Niemals im Leben. Wenn ich nicht an der freien Luft arbeiten könnte, dann würde ich ja tot sein. Niemals im Leben. Niemals im Leben. Niemals im Leben. Niemals im Leben. Die Leute kommen einfach in die Arbeit, das ist ein Problem. Die Leute kommen einfach in die Arbeit, das ist ein Problem. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an, haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Die Leute kommen einfach in die Arbeit, das ist ein Problem. Die Leute kommen einfach in die Arbeit, das ist ein Problem. Die Leute kommen einfach in die Arbeit. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem.